Das Thema Sex ist erledigt, ihr müsst einig spüren, was will ich unbedingt, muss ich es wirklich unbedingt haben oder tue ich da irgendwas nacheifern, Eifer, Sucht ist auch nicht gut, ja, Sucht ist überhaupt nicht gut und Eifer, Sucht ist nicht gut oder etwas erreichen wollen, ist auch nicht unbedingt, wo ich vielleicht gar nicht bestimmt bin dafür. Aber, jetzt kommen wir zur Bestimmung, ich glaube, dass ich bestimmt bin zum Prediger, das tue ich einfach gern und das habe ich auch immer gemacht, also als Betriebsrat habe ich es gemacht, dann als Job mit 1800 Kunden, also viele, viele, 1800 Kunden habe ich mir selber gesucht, also nicht zugeteilte Kunden, sondern plaudern, wüsst was, ich habe was, ja, also anplagt. Und jetzt bin ich beauftragt worden, glaube ich, von diesem Spielorganisator, dass ich jetzt meine Fähigkeiten des Hineinhörens noch weiter sensibilisiere in einem Kurs als schamanischer Lebensberater und dann habe ich sogar einen Zettel, den kann ich vielleicht in Österreich auch herzagen, ich weiß es nicht, ich will ihm aber gar nicht herzagen, ich zeig es euch eh alles her, was ich tue und was ich mache, aber dass mich jemand plaudern lässt, da frage ich niemanden, also wenn ich mehr live reden möchte, ich bin ja seit 9-11, wie ich die Lebensschule kreiert habe, von Jazzkick Rumlauf kommend, habe ich ja gesagt, ich bin österreichweit überall zur Verfügung, kostenlos, also in jeder Schule, in jeder Uni, aber auch privat, also privat natürlich auch und ein Einzelgespräch ist ein Einzelgespräch, weil wenn drei reden, das wird ja wieder ein Durcheinander, also so ein Einzelgespräch kann schon was und es ist das Ungeplagteste und wenn wir einmal mehr sind, dann hätte ich ganz gern, also ich rede eh, ihr müsst es mir dann stoppen, einfach so ist. Also, ich fühle mich befähigt für das, was ich tue, aus verschiedenen Ausbildungen, die Silvermind Methode habe ich viermal gemacht, kapiert und schon lange gehebt, also ich fühle mich verbunden, telepathisch, ich spüre einiges. Und dann mein Sternengutachten ist auch so phänomenal, das passt so zusammen wie der Zypris in Griechenland, der hat dasselbe wie ich, also der hat 60% der Bevölkerung hinter sich. Und das, was ich da fantasiere, sieht man in Italien, die Bürgermeisterin von Rom ist von der Siebensternbewegung um Beppo Grillo, die Bürgermeisterin, eine hübsche Dame, also das war wirklich ein Vorbild für mein Projekt Schräg Österreich. Ich habe da auch wirklich eine Herzdame im Auge, genau für diese Aufgabe, genau für diese Aufgabe, jetzt folgt es mir ein, ja genau, ist ein neiner, im höchsten Level, also mein Spiel des Lebens hat den höchsten Level des Spiels entdeckt, das ist 36,9. Und da hätte ich eine Dame, die schaut der Bürgermeisterin von Rom sehr ähnlich, also so vom Outfit und so, und der hat unheimlich gut reinpassen und ich fühle mich mit den Neunern so verbunden, wie ich ja gesagt habe, mein Bub ist der 18,9 und mein Vater ist der 27,9 und das ist eine Akzeptanzhochdreihe, das ist eine Liebe, eine Zusammen-, also das ist ein Gespür. Das ist ein Gespür, ja. Und das heißt aber nicht, dass da eine Beziehung rauskommen muss, sondern das ist eine berufliche Beziehung. So wie ich zum Beispiel, ja, das sind die Geometrien in meinem Leben, das sind lauter 9 und dann habe ich noch 22,4 eine Anhäufung, ja, mit einer dieser, mit der Ilse, sage ich einmal, 22,4 darf ich dieses Wochenende dann verbringen auf der schamanischen Lebensberaterausbildung, ja. Das ist eine Herzverbundenheit auf verschiedenen Ebenen, sie war einmal eine Kundin, dann war es meine Schwägerin und jetzt ist sie meine künstlerisch verbundene Art for Joy, ist ihr Titel und ich würde ihr ganz gerne helfen beim Vermarkten, sie kann wahnsinnig viel, hat aber die Plattform nicht und so möchte ich halt alles ein bisschen zusammenführen, ja, die künstlerischen Sachen, was wir kennen, jetzt wissen wir vielleicht sogar, was wir mehr machen können, wir kennen Specksteiner und Tiffany Sachen, basteln und das will ja jeder haben, solche Symbole der Freiheit oder der, puh, da kann man alles ausmessen damit so was, ja. Eventuell, ja, aber malen kann man auch viel, ja, also sie malt sehr wahnsinnig gut, und ich sage es eh immer her, in einer Geometrie hier in diesem Unplug Paradise montiert, instinktiv in einer West-Ost-Richtung in allen drei Ebenen verteilt, das heißt in Richtung Westen ist mein Stier-Symbol, Alt ist Runde, in Richtung Osten sind Tiger-Tatzen und Tiger, der nach oben geht, ja, ins Obergeschoss, also das ist das Verbindende nach oben und unten, also das ist alles eine Linie, wurscht, und unten im Tiefgeschoss in meiner Denkfabrik ist in meinem Gedenkeck oder in meinem Aktenschrank da meine ÖBV-Verbundenheit dargestellt worden von ihr künstlerisch geschenkt zu irgendeinem Geburtstag, ja. Also da liegt schon sehr viel Verbundenheit, Verständnis, sie gespielt mir, sie weiß, was ich will und wo, wo es hingehört, und wie es zum Aussehen hat, ja, also das ist auch irgendwie so eine telepathische Verbindung, alles, das ist geil. Und jetzt ergibt sich ja da das Land des Lächelns von Hannes Höller in einer Geometrie, was auch wieder genau reinpasst. Und ja, und das heißt aber auch alles irgendwie, das ist eine Geometrie, was zusammenpasst, ja, und angeplagt leben heißt ungeplagt von jeder Sorge, und diese Sorge muss aber auch für einen Partner zahlen. Weil wenn meine Partnerin nicht weiß, was ich dort mache, oder dort mache, oder dort mache, oder dort mache, dann wird es nicht mehr geschlafen, also das geht ja nicht. Die Gelegenheiten sind jeden Tag irgendwo, wenn man sie sucht sowieso, immer auf Knopfdruck, also sogar bestellbar wunderbar. Und dieses Vertrauen muss einfach da sein, und das ist 100% ungeplagte Liebe. Im Vertrauen, na der andere will es ja auch nicht, warum soll man das dann auch tun? Also irgendwo Vertrauen verpflichtet von A bis Z. Handschlagsqualität, weil einen Vertrag, den kannst du eh vergessen, ja. Den Vertrag kannst du nicht mehr und irgendwo aufs Häuschen hängen, weil wenn der andere nicht den Vertrag einhalten will, wie zum Beispiel die Regierung bei Bausparverträgen, aber auch bei der staatlich geförderten Pensionsversorgung, da wird durchgestrichen und ein neuer Text hingeschrieben. Und 6 Millionen Leute reden sich nicht. Ich verstehe es nicht, warum sie keiner reden. Aber ich kann halt sowas nicht mehr verkaufen, wo ein Text dahinter ist, wo ich nicht weiß, wer als nächstes den Text ändert. Kann ich nicht. Und da ich gemerkt habe, dass das überall so ist bei dir. Alles, was du verkaufen willst, du musst dir ja alles besorgen. Selber machen zahlt sich nicht aus, also ich habe getrocknete Zwetschgen sogar probiert, und habe auf die Uhr geschaut, geschenkte Zwetschgen mit einem Automaten, den ich da gehabt habe, und ich habe einfach nur auf die Uhr geschaut, wie lange ich Saring tue. Und dann habe ich mir gedacht, 10er in der Stunde wäre schon nicht schlecht. Aber vielleicht bin ich da sehr abgehoben mit 10er. Aber das ist meins, was ich verdienen muss, wenn ich nichts kriege. Sonst bricht alles zusammen, weil die Bank, die will das Geld haben. Und der Stromlieferant auch. Und so die Kosten halt, was jeder anhäuft. Und Handykosten, das ist auch nicht klar. Und ja. Und ja.